Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Füße weg! Ist das Herr Müller? Mama, du sagst jetzt nichts, Herr Müller. Das ist so peinlich und du bist peinlich und du gehst jetzt hier weg. Oh, das ist doch Herr Müller, der Klassenlehrer, oder? Mach mal dein Mikro an. Oh, hallo Herr Müller, wie geht's Ihnen? Ach, schön, ach toll, ja, dann lenke ich Sie nicht weiter vom Unterricht ab. Ich muss hier noch Staubsaugen, Staubsaugen und alles noch andere machen. Also dann tschüss! Komm, beweg dich mal ein bisschen, dann bist du noch dick und fett von diesem ganzen Mädchen hier. Lass uns weiter ranchen! Ups! Mama, ich hab Online-Unterricht, ich kann jetzt keinen Walzer tanzen. Ja, Alter, nein, was seh ich da? Leg dein Handy weg, sonst lernst du nichts und dann bringst du wieder die schlechten Noten nach Hause mit. Ich glaub's ja gar nicht, sonst mach ich dir gleich das WLAN aus. Mama, das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst, wenn du mir jetzt das WLAN ausmachst, dann kann ich nicht mehr Online-Unterricht haben. Da könnt ihr endlich mal aufhören, ständig zu reden! Haltet jetzt alle euren Mund. Hallo, kann mal bitte jemand mit mir sprechen? Zumindest eine, Aufgabe 3. Okay, kann mir jetzt jemand sagen, welche Komponisten die drei Hauptkomponisten in der Wiener Klassik waren? Okay, jetzt googeln wir jetzt schnell. Wer waren die drei Hauptkomponisten in der Wiener Klassik? Ähm, hier steht's. Heiden, Mozart und Beethoven. Okay, gehen wir zurück in die Komponisten. Weiß es! Ich weiß es! Hallo! Hier! 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 Es waren Heiden, Mozart und Beethoven. Richtig, du machst echt super mit am Unterricht in der letzten Zeit. Also dir gebe ich gleich mal in München eine Eins. Scheiße, scheiße, was ist die Wurzel aus 96? Scheiße, scheiße, was ist das? Äh, 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 äh. Also Wurzel aus 81 ist 9. Ja, genau richtig. Soll ich mich stumm schalten? Alter, dieser Lehrer, der ist so dumm. Er kriegt gar nichts auf die Reihe. Wie ist er überhaupt Lehrer geworden? Ähm, du hast dein Mikro nicht ausgeschaltet. Mach mal dich bitte stumm. Hallo? Hallo? Hört ihr mich noch? Hallo? Komisch. Naja, dann bin endlich den Unterricht jetzt. Und ihr geht mal raus. Okay, das schreibe ich jetzt in den Chat. Okay, tschüss! Naja, die hören mich wahrscheinlich eh nicht. Los demn posso惠sch đi... Du dich, denn wenn du mitอน taill woher automatic구 Lena snapping, wurde sauter. Ich bin dann erst mein Dämböcker. Ich bin da mal Dämböcker und schrzyd.